Ein wunderschönes Hallo und Willkommen bei The Last of Us, wo Ellie sich letztendlich befreien konnte. Und jetzt sind wir in irgendeinem Schneesturm und müssen diesen Psychopathen entkommen, der uns letztendlich angegriffen hat. Und hoffentlich überleben wir das. So. Hoffentlich kommt hier kein Eisbär. Was eigentlich unmöglich sein sollte. Oder ein Schneeleopard. Ich brauche eine Waffe. Du sagst es, Ellie. Ein Königreich für eine Waffe. Oder eine Waffe. Okay. Ich schaffe das. Na klar, schaffen wir das, Ellie. Den Psycho, den hauen wir ein Messer in den Kopf. Ach, wie was schweres ziehen. Ähm, loslassen? Äh, nein. Nein, doch, nee. Oh, ein Vogelkäfig. Ich wollte schon wieder da ran gehen. Ja, ob ich es nicht gewusst habe. Die ist hier. Und ich habe keine Waffen. Ich habe nur ein verficktes Messer. Oh, verdammt. Hier war sowas wie eine Tierhandlung. Alter, wie viele. Jawohl. Und die sind alle total bewaffnet. Wer hätte denn das jetzt zugemacht? Ich glaube es auch. Mein Rückzugspunkt ist blockiert. Ja, das gibt es nicht. Ja. Neue Waffe-Revolver. Hadix war es schon mal, aber nun gut. Und nur eine Kugel. Hm. 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 Der liegt doch ganz gut da. Den können sie eigentlich nicht sehen. Ich habe aber keine Ahnung wohin. Das ist nicht so. Ich sage das schon. dann gibt es eine stadtversammlung wir stimmen über die hafthaft ab sie immer in meine richtung kommen müssen hau ja ab du komisches phantom durch der wand natürlich lauf hier noch weiter hab ich dich nein nix ok scheiße jemanden hat es erwischt scheiße jemanden hat es erwischt ja dich so zwei midi packs oh erpisst euch erpisst euch haha haha da sehe ich keinen aber das ist doch ganz schön das schneesturm auch toll da sieht man ja gar nix wo muss ich denn hier hin ok da läutet irgendwer eine glocke oh sie sind überall oi 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 h h h so h ey die ist total die blutrünstige aber wo ich hin muss hab ich immer noch nie raus da ist noch einer auch gut dass ich runtergelaufen bin was der hat mich gesehen lass mich los du wichser stech ihn ab so ins auge da war ich ein bisschen übermütig egal wer läutet denn diese verdammte glocke der lockt doch alle zombies an kommen nachher 10 millionen klicker ja 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 gab die ganze zeit nix offen sensor alter wo muss ich denn hier lang alter wo muss ich denn hier lang scheiße Mist macht er denn da ich war echt total scheiße Mist und bleibt stehen äh äh und und öh ko und und auch und Oh toll, nix drin hier Da steht einer Hier vorne steht auch einer Alter, geh ja weg Da ist der doof Steht da am Schneesturm Oh, aber durch die sieht man ja auch nicht so viel Was war das? Ja, was war denn das? Da steht der Wo muss ich hin? Wo sind sie? Alter Da steht einer Die sägen Antenen vorbei Oh, es ist arschkalt Schaut mir vorstellen Alter, wie weit seid ihr denn noch laufen? Wo müssen wir hin hier? Scheiß Kälte Kram Hä? Das geht doch Ach, das ist doch wieder so eine Scheiße Wenn ich da drin hopse, kommt wieder einer und haut mir auf die Fresse Das gefällt mir gar nicht hier drin Ganz und gar nicht Totale Scheiße hier drin Noch ein Medipack, Alter, wie viel Feen liegt denn hier? Das ist Das heißt doch bestimmt nichts Gute Das ist das heißt doch bestimmt nichts Gute Hä? Wo muss ich denn hier hin? Das ist wirklich komisch. Ob ich es nicht gewusst habe hier. Wie hast du es geschafft? Dann okay. Du kannst nirgends hin. Dann hol dir doch die Schlüssel. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauch die Schlüssel. Die schlitze ich auf. Oh, du Arsch. So. Was? Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Ja, komm. Du überraschst mich immer wieder. Zu schade, dass du uns... Was? Jetzt ist es zu spät. Psycho. Alter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Psycho, hoch 10 Komplett der Psycho Jetzt kommt er wieder runtergelaufen Wo ist der Psycho? Psycho, Mann Da Oh Wichser Seh dich Alter, wie oft muss ich den bitte abstechen? Da bist du ja Alter 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 Es tut es pervers. da ist er der wichser meine fresse weg durch glas gelaufen das ist jetzt schon schwieriger der duckt sie auch der penner jetzt hockt er da jetzt muss er noch ein bisschen näher kommen dieser dreckige wichser na los beweg dich jetzt hätten wir aus den augen verloren na los da ist er ich habe zwar auch ein revolver aber ich bezweifle dass ein schuss bei ihm was bewirken würde hä wo ist er hin wo ist er denn mein gott jetzt hockt er da unter der ecke hier ist nicht fertig jetzt da ist er wie komme ich da hin nuss bewegt die noch mal von hier aus komm ich nicht hinter dir laufen da ist er der wichser da sitzt wieder total scheiße so stirb man nein ein schwarzer bildschirm ah jetzt bin ich wieder joel und er hört die glocken und einen flamme erwarbiger natürlich auch aber hier mache ich jetzt schluss und im nächsten part suchen wir ellie und machen diesen komischen typen platt so leute bis zum nächsten mal haut rein